Guten Abend, schön sind Sie dabei bei 10 vor 10. Die, wir zeigen die Knacknüsse, in unserem Fokus. Und ausserdem? Das Schreck gespenst Inflation. Seit gestern geistet es in den USA wieder umher. Heisst, die Leute können sich für dasselbe Geld plötzlich weniger Dinge kaufen. Konkret, innerhalb eines Monats stiegen die Lebenshaltungskosten in den USA um 4,2%. So hoch war diese Rate seit 2008 nicht mehr. Über die Gründe und die Ängste, die das weltweit auslöst, rucka fröhlicher. Und die Inflationsängste werden zusätzlich geschürt mit Kosten, die auf die USA zukommen werden. Etwa wegen veralteter Stromleitungen, bröckelnder Brücken und Strassen voller Schlaglöcher. Denn die Infrastruktur in den USA, sie muss erneuert werden. Und dazu massivst. Deshalb will Präsident Joe Biden ein 2,3 Billionen Dollar Paket durch den Kongress bringen. Das dürfte aber so einfach nicht sein. Denn die Demokratinnen und Demokraten verfügen in beiden Kammern nur über eine knappe Mehrheit. Biden muss also auch politisch Brücken bauen, was er auch heute wieder versuchte. Stefanie Schunke. 111 Milliarden Dollar im Sanierungsplan Bidens sind für die Wasserinfrastruktur vorgesehen. Und die Hälfte davon, um Trinkwasser bleifrei zu machen. Blei ist bekanntlich giftig und besonders für Kinder gefährlich. Deshalb sind Bleileitungen in der Schweiz etwa seit über 100 Jahren verboten. In den USA jedoch fliesst noch bei geschätzt über 20 Millionen Menschen Wasser durch Bleirohre. Über den Kampf für sauberes Trinkwasser Vivian Manz. Soviel zu unserem Fokus aus den USA. Nun zurück in die Schweiz und auf den Bio-Bauernhof. Bei der Pestizid-Initiative sind sich die Schweizer Bio-Bäuerinnen und Bio-Bauern einig. Sie unterstützen sie. Bei der Trinkwasser-Initiative scheiden sich die Geister allerdings. John Dury-Vinzent hat eine Bio-Bäuerin und einen Bio-Bauern getroffen, die das Heu-Punkto-Trinkwasser nicht auf der gleichen Bühne haben. Und zum Schluss singen trotz Corona. Dieses Bild wurde aufgenommen am letzten Europäischen Jugendruer-Festival in Basel. Von 2020 gibt es keine Bilder, denn es musste abgesagt werden. Doch dieses Jahr singen die Jugendlichen wieder trotz und mit den Massnahmen. Man muss eben flexibel bleiben in diesen Zeiten und sich die Freude am Singen nicht nehmen lassen. Und das können sie gut, die Jugendlichen Kathrin Tommen berichtet. Wir von 10 vor 10 verstummen gleich, aber es geht weiter mit Gredic Direkt und Schauspieler und Autor Mike Müller. Er erzählt, woher seine Lust an der Provokation kommt und weshalb er mit Show-Kolleginnen und Schönwetter-Politikern hart ins Gericht geht. Ich wünsche Ihnen nun weiterhin schöne Aufwärtstage und morgen begrüsse ich hier deinen Kollegen Arthur Honecker. Im Namen vom ganzen Team, danke fürs Zuschauen, adieu miteinander.